Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr... Jetzt haben wir hier ein bisschen Handeltraining. Kann ich wegschneiden. Hi liebe Leute, Marc hier von HATATV und Liquid Life. Ja, ich bin zu Hause in meiner Folterkammer hier. Also quasi, wo ich auch ein bisschen Fitness trainiere. Ich möchte euch gerne einen guten Rutsch wünschen. Alles Gute fürs neue Jahr. Und wir haben jetzt natürlich auch was vorbereitet für uns selber, für euch, für alle, die mitmachen wollen. Wir haben eine Fit Challenge. Das heißt, ich habe mein Ziel, ich möchte im Mai beim Bike Festival der Willingen beim Marathon mitfahren. Das heißt, ich muss ein bisschen was abspicken, ein bisschen was fitter werden. Und denke, ähnlich wie es vielen geht, so die Vorsätze. Und damit wir es auch wirklich machen, dokumentieren wir das für euch. Wir haben jetzt einige Videoblogs dann, wo wir was mit Ernährung, was mit Training haben. Wo auch einzelne Leute, die mitmachen von Liquid Life, also Mitarbeiter. Zum Beispiel Dominik, der Geschäftsführer, möchte auch das Rennen mitfahren. Jeder hat so seine Ziele da. Und Ralf von den Liquid Life Heroes ist unser Fitness Coach. Der fährt Extremmarathon. Ja, und ich habe ein paar Methoden, natürlich Maßnahmen. Also hier mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike oder mit dem normalen Bike. Ich habe immer zwölf Kilometer bis ins Büro. Also mit dem Bad zur Arbeit oder zurück, je nach Wetter. Und da möchte ich natürlich viel Fitness mir holen. Ich werde, der Ralf wird mir ja noch spezielle Trainingsaufgaben geben. Ich werde so viele wie möglich draußen fahren. Fahrtechnik möchte natürlich auch verbessern. Das wird aber ein komplett anderes Thema. Jetzt in der Fit Challenge. Ja, und was wichtig ist, viel Wasser trinken. Saftschorle, Affelsaft trinke ich nur noch einer am Tag, was die Ernährung angeht. Und ich mache einen Cheat Day, also dass ich am Freitag auch immer mal Schokolade essen kann oder so. Und sonst halt auf mehr Gemüse, mehr Obst achten, weniger Zucker und Fett. Ihr kennt das alles Mögliche. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch Bock mitzumachen. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr so euch vornehmt. Wollt ihr mehr Muskeln oder Beach-Strandfigur? Oder wollt ihr Reha vielleicht wieder von der Verletzung erholen, schlanker werden? Dann fitter werden. Was sind da so eure Ziele? Gesünder essen? Keine Ahnung. Und bei allen Kommentaren habe ich jetzt was zu verlosen. Also wir machen jetzt bei allen Fit Challenge Videos immer Giveaways. Wir haben jetzt hier drei Bücher. Einmal, für alle, die es interessiert, das E-Bike-Fahrtechnikbuch von mir mit E-Mountainbike auch drin. Manual Wheelie, alles mit dabei. Auch normales E-Biken. BLV Verlag. Dann von Sascha Bamberg, Bam Hill. Mein Kollege, der auch Fahrtechnikkurse macht. Enduro Downhill, Fahrtechnikbuch. Und noch ein Fahrtechnikbuch von Lelius Glasing Verlag. Drei von den Kommentaren unter den Videos und auf Facebook unter dem Bild zu der Aktion. Die werden ein Buch gewinnen. Das schicken wir euch dann. Und das ist am 8. Januar. Bis dahin geht die Verlosung. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr motiviert seid auf die Fit Challenge und euch freut auf all die Video Beiträge, die wir dafür haben und auch mitmacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.